Gleich fängt das Spiel an hier im Strykerland. Aber das wird ein Spiel wie kein anderes. Es ist so ruhig wie in einem leeren Stadion. Ich stehe neben dem furchterregenden Torwart de los Santos. Haben Sie etwas zu sagen, bevor Sie in die große Leere auflaufen? Fans hin oder her. Wir werden uns heute im Strykerland absolut ins Zeug legen. Und die Strykers-Fans werden in Zukunft vorsichtiger sein müssen. Genug! Genug von dir! Genug von allem! Genug, dass ich genug sage! Ich muss etwas unternehmen. Entschuldige, ich bin nur gekommen, um... Spencer! Ich habe gerade an dich gedacht. Das hast du? Ja, wir sind die einzigen, die das gerade biegen können. Ähm, wie? Du musst uns ins Strykerland schleusen. Darauf würde ich nicht zählen. Hä? Hallo! Nervös? Ach, natürlich nicht. Der einzige Fan, den ich brauche, ist meine Mutter. Wo ist sie denn? Äh, nein. Sie ist zu Hause. Ganz weit weg. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Du meinst, das ist alles eine Verschwörung? Mhm. Um El Matadors Selbstvertrauen zu zerstören? Du kennst El Matador? Yep. Echt? Du kennst El Matador? Ich könnte dich ihm vorstellen. Warte mal. Sind das nicht die Typen? Wir sind Legenden. Wegen uns müssen die Superstrikers ohne Fans auf den Tribünen spielen. Ja, auf uns! Ich will mich nur für all den Ärger entschuldigen, den ich beim Spiel gegen Colossus verursacht habe. Entschuldigung angenommen. Okay, danke. Wir machen einfach... Aber Leute, das Spiel! Die Superstrikers, sie brauchen uns! Oh je, schau mal. Jemand hätte beinahe eure Superstrikers-Sachen weggeschmissen. Scheint so, als wäre ich gerade noch rechtzeitig gekommen. Wir werden was für die Superstrikers organisieren, das sie niemals vergessen werden. Äh? Heute hat sich nur ein kleines Publikum im Strykerland versammelt. Ja, nämlich die Spieler selbst. Hä? Oh. Was? Was war das? Ich kann deine Fans kaum hören, El Matador. Hahaha. Könnte es das sein? Die Rückkehr des alten El Matadors? Das können wir nur hoffen. Das ist einfach nicht ein Abend, El Matador. Das ist ein ziemlich ruhiger Abend. Was? Hahaha. Warum? Warum? Was passiert mit mir? El Matador scheint in einer anderen Welt zu sein. Und das könnte die Superstrikers einiges kosten. Und Asul erzielen kurz vor der Halbzeit einen Treffer. Ich habe diese Worte noch nie gesagt, aber ich hatte Unrecht. Ich brauche die Fans. Was ist mit den Fans zu Hause? Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber ich kann sie nicht hören. Mann, wir brauchen ein Wunder. Und wenn wir keines kriegen, werde ich El Matador auf die Bank setzen müssen. Hier kommen die Superstrikers. Hoffen wir mal, dass sie, ähm, hoffen wir, dass El Matador sich nach seiner Leistung in der ersten Halbzeit verbessern kann. Oder sie erleiden eine Niederlage gegen Asul und purzeln die Super League-Tabelle runter. Hahaha. Hier komme ich. Schöner Aufbau bei den Superstrikers. Oh Mann. Es ist schlimmer, als ich dachte. Gute Entscheidung, Shakes. Nichts spricht dagegen, es über Leingang zu versuchen. De Los Santos reichnet hin und Latte. Und der Ball rollt direkt zu El Matador. Er hat absoluten Freiraum. Das muss die beste Chance sein, die die Strikers heute hatten. Ich kann das nicht. El Matador. Ich glaube, er ist komplett von der Rolle, Brando. Wie er starrt. Hä? Du bist El Matador. Woho, woho. Schieß uns noch ein Tor. Tor. Du bist El Matador. Jetzt wird es schlimm. Jetzt höre ich schon Dinge. Schieß uns noch ein Tor. Ich höre es auch. Echt? Mac, es ist absolut eigenartig. Ich kann anscheinend... Gesang hören. Schieß uns noch ein Tor. Anscheinend haben sich tausende Superstrikers-Fans vor dem Strikaland versammelt, um El Matador anzufeuern. Schieß uns noch ein Tor. Tor. Du bist El Matador. Du bist El Matador. Eins, zwei, drei, vier. Du bist El Matador. Du bist El Matador. Woho, woho. Woho. Schieß uns noch ein Tor. Woho. Endlich. Es sieht so aus, als hätte El Matador wieder zu sich selbst gefunden. Fans haben ihn definitiv aufgeheitert, Mac. El Matador ist der beste Spieler in Fernal. Was für eine Wiederbelebung der Männer im Rot und des feurigen El Matadors. Woho. Schieß uns noch ein Tor. Whoa. Superstrikers. Superstrikers. Superstrikers.